Am Samstag, den 10. September 2022, heißt es Bühne frei in der Kulturetage in Krempel. Ab 19 Uhr gibt es dort Rock und Pop auf hoch und platt mit Rainer Martens und Band. Der Eintritt beträgt 10 Euro und Karten gibt es an der Abendkasse oder können unter der Nummer 04836 740 bestellt werden. Bitte beachten, die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Zu finden ist die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel im Tannenweg 2a. Und da ist die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel. Und da ist die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel. Und da ist die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel. Und da ist die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel. Und da ist die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel. Und da ist die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel. Und da ist die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel. Und da ist die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel. Und da ist die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel.